Vielen Dank an Clemens Fiedler und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lürik, denn Clemens Fiedler hat bei Ideas etwas eingereicht. Das sehen wir hier, eine mittelalterliche Schmiede. Also wir sehen es gerade doppelt. Das oben rechts ist das, was er eingereicht hat und das, was ich hier gerade in den Händen zärtlich hin und her wende. Das ist die fertige Verpackung des Sets, wie es jetzt im Februar 2021 erschienen ist. 2.164 Teile sind es jetzt für knapp 150 Euro, Teilepreis etwas über 7 Cent. Bisher erstmal nur bei LEGO selber erhältlich, wird aber wahrscheinlich ja so typischerweise in drei, vier Monaten im freien Handel zumindest bei einigen Händlern auftauchen, vielleicht dann auch mit Rabatten, aber zumindest so ist es eigentlich ganz okay sogar schon mit dem Preis und man bekommt, wie wir gleich sehen werden, eine sehr schöne mittelalterliche Schmiede und damit eben auch das, was sich viele LEGO-Fans seit langer Zeit gewünscht haben. Naja, zumindest ein bisschen was von dem, was sie gewünscht haben, nämlich sowas in diesem mittelalterlichen Setting, so ein bisschen Castle, nur ohne Castle und daraus hat LEGO übrigens in einem kleinen Video, was man im Netz findet, einen kleinen Spaß auch gemacht, nämlich, dass sie dargestellt haben, wie es ist, wenn denn im Mittelalter keine Schmiede da gewesen wäre, beziehungsweise kein Schmied und dass das doch alles viel wichtiger wäre als die Ritter. Das bringt sie aber wahrscheinlich nicht drum herum, irgendwann demnächst dann auch mal wieder eine Burg rauszubringen. Und meine eigene Vermutung ist übrigens, dass das sehr gut aussieht, ohne dass ich irgendwas weiß, aber aus verschiedenen Ideen, die sehr langsam zusammenkommen, kommt meines Erachtens sehr deutlich raus, dass das Castle-Thema in irgendeiner Form uns sicherlich noch länger begleiten wird. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das an, was wir jetzt hier in Händen halten. Und das ist das da. 27x27 cm mit schon mal einer ganzen Reihe Anspielungen in und an die Castle-Welt. Und das fängt schon bei den Minifiguren an. Es gab ja schon eine ganze Menge Castle-Themen und eine davon, die drehte sich um die Black Falcons. Und deswegen, und weil die nämlich auch sehr beliebt war, hat man sich überlegt, hier auch Black Falcons jetzt reinzubringen. Sogar etwas angehübscht, dadurch, dass sie nämlich jetzt einen besseren Torso haben. Die beiden hier, beziehungsweise es ist ein Mann und eine Frau, gab es auch schon einige Diskussionen. War denn Frauen Ritter oder nicht? Egal. Hier geht es um Spiel. Und allem Anscheinend gab es sie aber trotzdem. Auch ganz schön bei ihr hier übrigens, das Stirnband. Man achtet da oben am Kopf. Sie haben beide übrigens kein zweites Gesicht. Die können nur lächeln. Die freuen sich einfach bannig, dass das Thema wieder da ist. Und sie haben auch noch zwei Helme dabei. Dann haben wir den Schmied selber. Ein Herr, der im Zweifel auch mal im Winter als Weihnachtsmann gehen kann. Oder auf einem mittelalterlichen Festival auf jeden Fall auch nicht deplatziert wäre mit seinem Haarschwänzchen hinten. Der darf auch lachen. Der hat auch noch ein zweites Gesicht. Und ein Hammer. Ja, und dann haben wir noch einen Hund. Bei dem bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es diese komische Mischung da, ich hätte jetzt gesagt ein Husky, tatsächlich schon im Mittelalter gab. Aber gut, da mögen Historiker sich mit auseinandersetzen. Und dann hätten wir noch diese Dame hier. Die erinnert an Forest Man. Und so soll es auch sein. Auch wenn sie als Oberkörper etwas hat, was wir bei den Piraten letztens ja noch gesehen hatten. Sprich also bei der Baracuda Bay. Die Beine sind zweifarbig bedruckt. Das sollen wahrscheinlich Schuhe sein da drunter. Pfeil und Bogen noch dabei. Und damit sie auch richtig zielen kann, kann sie auch noch ein Auge zukneifen. Wir werden auch gleich sehen, sie hat auch was, worauf sie zielen kann. Bitte allerdings nicht hier rauf. Das ist nämlich eine Kutsche mit einem kleinen Sack da drin. Eine sehr, zwar einfach gehaltene Kutsche, aber gut, im Mittelalter war da jetzt wahrscheinlich auch nicht viel mit irgendwelchen Märchenkutschen, die dann auch noch irgendwelches großartiges Komfort, großartigen Komfort drin hatten. Dafür finde ich aber zumindest diese Lampe sehr schön, die da hängt. Dann haben wir da das Pferd. Das ist neu in dieser Form, beziehungsweise da haben sie tatsächlich endlich mal wieder ein Pferd aufgelegt. Ziegen allerdings nicht. Die werden wir vermissen. Bzw. vermissen wir. Die waren nämlich im Ursprungsentwurf noch. Ganz interessant ist dazu übrigens ein Interview, das Andres von zusammengebaut.com geführt hat mit Designern, zusammen noch mit ein paar anderen Seiten. Und da geht es nämlich auch um das Thema Ziegen. Während wir hier noch sehen, dass die Rückenlehne immerhin, da ein bisschen Komfort geht ja dann doch, rückklappbar ist. Ja, die Ziegen hätte man wohl gerne von Seiten der Designer dann gehabt. Allerdings ließ sich das wohl finanziell nicht mehr umsetzen. Also es ist wohl immer so, wenn Designer was umsetzen wollen, haben sie ein Budget und wenn das aufgebraucht ist, dann geht es eben nicht weiter. Und das war immerhin das Pferd noch mit drin. So, jetzt sehen wir hier die Schmiede, die sich deutlich verändert hat zum Ursprungsentwurf von Clemens. So hat man zum Beispiel die Jahreszeit gewechselt. Es geht mehr so in den Spätsommer. Bei dem Ursprungsentwurf war es herbstlicher und wir haben hier ein deutlich anderes Dach. Andere Sachen sind auch verändert worden, aber das Dach ist es vor allem, was auffällt, was deutlich glatter ist. Und dann auch bei mir ein bisschen Enttäuschung hat walten lassen. Da fand ich persönlich tatsächlich das Dach, so wie es zum Beispiel beim Angeladen ist und wie beim Ursprungsentwurf war, interessanter. Aber auch dazu gibt es in dem Interview übrigens ein paar Infos. Das war wohl auch für die Qualitätsansprüche von Lego ein Problem. Und dafür hat man dann eben hier jetzt, während wir auch sehen, dass man die verschiedenen Ebenen wie bei so Modeller-Building hochheben kann, hat man dann hier eben diese Nexonite-Schilde verwendet. So, jetzt gucken wir uns mal die Details an. Und die sind wirklich großartig. Nicht nur dieser Amboss da, sondern da sehen wir schon die Schmiede rechts selber mit dem Ofen. Dann rechts ein Schild mit unter anderem auch Baum und Berg. Das sind Anspielungen hinsichtlich des Fan-Designers Clemens, dass der nämlich gerne wandert. Wie gerne bei Ideasets eben Anspielungen für den Fan-Designer sind. Und hier ist es eben die Schild und noch eine weitere. Da kommen wir nachher noch zu. Wir fahren mal so ein bisschen hier längs und sehen unter anderem dieses Grün oben. Das soll Moos sein. Alles Infos, die aus diesem Interview von zusammengebaut übrigens stammen. Sehr cool finde ich auch diesen Aufgang hier mit auch durchaus ein bisschen kaputten Steinen. Und da, ja, rechts ist nicht ganz zusammengedrückt. Liegt aber auch daran, dass ich ja gerade eben einmal die Ebenen auseinandergenommen habe. Und diese Dachkonstruktion, beziehungsweise hier diese Verschnörkelungen jeweils an den Enden, das kenne ich unter anderem auch von den Wikinger-Bauten hier bei uns in der Gegend in Norddeutschland, beziehungsweise andere auch so mittelalterliche Gebäude, die das haben. In dieser Nische liegt das Holz und auch da beachte man bitte diese grauen Plättchen, die dann auch oben so sich dieses Rund bilden. Und das finde ich sieht auch sehr cool aus. Dann haben wir hier noch einen Brunnen mit einem kleinen Eimerchen davor und dann den Apfelbaum. Ja, der hat mir beim Bauen jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Das fand ich alles irgendwie ein bisschen zu kleinteilig. Ich bin nicht so ein Baumbauer, aber das gilt auch für andere Kollegen. Wir haben das ja mit dem Bau-Dream-Team gebaut und ja, da haben einige geflucht. Und fluchen kann man ein bisschen auch über diese Zielscheibe. Da sehen wir nämlich, dieses Gelb ist nicht ganz mittig. Das liegt wahrscheinlich an der Produktion. Das ist alles gedruckt. Es gibt keine Aufkleber in dem Set, aber das wird eben Teil für Teil gedruckt. Und wenn das eben sich leicht verschiebt, ja, dann sind eben die Kreise nicht genauso, wie man sich das wünschen würde. Hier auch ein paar Löcher im Dach. Also ganz so schnieke, wie ich erst auf den Fotos dachte, ist dieses Dach dann doch nicht. Aber bei Weitem natürlich nicht so verwittert und so schief und krumm, wie es bei dem Ursprungsentwurf der Fall war. Ich finde es aber cool gemacht. Erstmal natürlich, wie gesagt, diese Steine, die wir da sehen. Aber auch wie dieses Haus natürlich erst recht mit diesem Fachwerk dann auch über die Ränder hinüber geht. Das sehen wir hier. Und sehen wir auch dann bei dem Schild. Und das absolute Highlight, das ist der Blasebalk hier. Den stecken wir nämlich hier rein. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Lightbrick so cool eingesetzt gesehen wie hier. Weil nämlich dann damit für die Schmiede das Feuer brennt. Da liegt auch schon ein Schwert drin. Und wenn wir da drücken, dann leuchtet es rot. Also das finde ich eine richtige Wucht. Dafür hat man dann in dem Modell auch zum Ursprungsmodell das ein bisschen verlegt. Also das war ursprünglich nicht da draußen. Aber so kommt es natürlich perfekt dann auch raus. So, dann nehmen wir es mal ein bisschen auseinander. Und hier sehen wir auch noch mal, wie massiv das trotz dieses Überhangs hier ist. Also ich kann das gut mit einer Hand halten. Da fällt nichts ab. Und da hat man wahrscheinlich schon recht lange vermutlich mal dran gesessen. Und auch hier zieht sich, sieht man da innen, neben einer Lampe auch noch, das Fachwerk wunderschön durch. Also das haben sie wirklich sehr cool hinbekommen, wie ich finde. Und auch der Schornstein, der da hoch geht. Jetzt sehen wir es auch noch mal von oben. Also ja, da noch so ein Erker. Aber das sehen wir ja oben dann gleich nochmal genauer uns an. So, jetzt schauen wir noch mal rein an die erste Ebene. Da ist auch viel an Details. Da ist schon mal ein bisschen was, was so gebaut wurde. Zum Beispiel haben wir da einen Schleifstein, aber da drüber eben auch schon was für die Ritterrüstung. Hier sehen wir noch mal diesen Eingangsbereich. Und da ist dann auch schon ja, sehr heiß wahrscheinlich. Da auf dem Schmiedeteil dieser Brikett, der dort ist. Dann die Tür, ja, da zieht es. Die ist bis oben nicht durch. Da, die finde ich, ist ein bisschen sehr klob gemacht, kolobig. Aber wir sehen, hier passt übrigens noch das Größenverhältnis, wie ich finde, mit der Minifigur. Hier, wie unser Schmied dann da auch steht. Das wird sich nachher in einem Ebene höher leider nicht ganz so weiterziehen. Da links haben wir übrigens gerade eben auch noch ein bisschen Kohle. So, jetzt gehen wir mal eine Ebene höher. Da sind wir jetzt nämlich, wenn wir hier da die Tür aufmachen, im ersten Stock. Und wie wir sehen, die Tür schließt hier auch nicht so perfekt. Aber dafür haben wir jetzt hier das Gelage. Das Festmahl mit ein bisschen Essen und interessanten, gestickten Auflagen für die Stühle. Die Stühle ist sowieso sehr cool gemacht. Die sind nämlich aus Äxten da gemacht. Das sieht man an den Rückenlehnen. Und hier bei der Feuerstelle, da können wir den Topf sogar so ein bisschen nach vorne und hinten bewegen. Dann haben wir noch so ein Buddha-Fass dort. Ja, also das sieht doch gut aus. Außer man stellt eine Minifigur rein, weil dann wirkt der Tisch ein wenig sehr hoch. Beziehungsweise Minifigur etwas klein. Also das passt nicht perfekt leider. Wir können hier mal das Fenster aufmachen. Dann schauen wir mal von draußen rein. Und ja, auch zu spielen, glaube ich, ganz gut geeignet. Das ist zwar 18 plus, aber mein Sohn hat damit durchaus ein bisschen hantiert. Und wir sehen übrigens hinten noch in der Feuerstelle, da war auch schon noch ein bisschen Holz drin. So, dann können wir jetzt hier mal das Dach oben öffnen. Da nehmen wir nämlich einfach dieses Dachteil raus. Das hängt dann nur so lose drin. Ist aber per se erstmal fest. Dafür gedacht, dass man schon entnehmen kann. Dann haben wir hier so ein Fell. Das fand ich auch lustig, dass hier eingesetzt ist mit unter diesem Halterung, diesem Fuß von den Minifiguren. Da kommt die Treppe hoch. Also nirgendwo muss man irgendwie versuchen, Superman- mäßig nach oben zu fliegen. Das ist miteinander verbunden. Dann haben wir hier Once Upon a Time. Das ist dieser Druck, den wir schon öfter hatten. Mit auch diesem RK. Da also so eine blaue Feder. Aber ja, man kann sehen, dass da was geschrieben wird. Hinten haben wir ein Feuerchen und auch links eine Kerze. Da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen aufpassen, dass einem das Haus dann nicht abfackelt. Und hier haben wir noch eine Anspielung an den Fandesigner. Nämlich in dieser Kiste befindet sich ein Rucksack und auch ein Kompass. Wieder eine Anspielung daran, dass er gerne wandert. Und dieses Bett finde ich auch ein richtiges Highlight. Gut, diese Knäufe da sind in anderen Sets auch gerne mal das, was beim Hund irgendwie übrig bleibt, wenn er sich beim Gassi gehen erleichtert. Aber diese Decke da drauf wieder. Wobei man da ein bisschen drauf achten muss, wenn man es wirklich so exakt haben will, dass das eben drei verschiedene grünen Töne, beziehungsweise bläuliche Töne sind. Ich verweise da auf unseren Baustream auch. Da haben wir darüber auch ausführlich geredet. Da, Clemens Fiedler wird als erstes in der Anleitung ein bisschen vorgestellt. Da sieht man, ja, Castles, Burgen, das Marker. Und hier hat er auch noch mal die Schmiede, so wie sie dann auch mit diesen verwitterten Schindeln dann zu sehen ist. Dann kommen die Lego-Designer. Die kennen wir ja auch aus dem Designer-Video. Und da merkt man denen auch an, was für einen Spaß die an diesem Thema haben. Und dann ein bisschen Rückblick in das, was so mit Schmieden, Mittelalter so war. Und fragt man sich natürlich, was kommt noch? Und ich bleibe dabei, meine Vermutung ist, da kommt auch noch so einiges. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber dann doch hoffentlich nächstes Jahr. Ein paar Bilder zur Einstimmung und dann darf gebaut werden. Bauen macht auch Spaß. An einigen Stellen, gerade beim Apfelbaum, fand ich es dann ein bisschen fummelig. Aber dafür gab es dann durchaus eine Menge Highlights. Also gerade dieses Fachwerk, wenn das dann so entsteht und man sieht dann, das Ding sieht wirklich aus wie aus dem Mittelalter. Ich finde inzwischen auch dieses Dach hat sich bei mir, hat ein bisschen wieder gewonnen. Jetzt, wo ich es selbst so mal gesehen habe. Ich finde es nicht mehr ganz so glänzend und so übermäßig glatt, sondern ja, man erkennt jetzt ja mit dem Moos, dass sie da versucht haben, schon so ein bisschen was reinzubringen. Und das kommt dann doch in der Realität anders noch rüber als auf den Fotos. Ja, jetzt hatten wir gerade eben noch ein paar Infos, wie wir die Batterie wechseln beim Lightbrick und kommen dann auch zum Fazit. Ja, ein schönes Stück. Also macht richtig Spaß und einzig macht es vor allem Laune darauf zu hoffen, dass da noch einiges kommt in diese Richtung. Das verwitterte Dach fand ich tatsächlich noch einen Tick schöner, aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Lukas von Stonewalls fand zum Beispiel dieses hier schöner. Und jetzt hatte ich ja auch nachgelesen bei Andres, dass zum Beispiel diese unterschiedlichen Tönungen auch bewusst nicht nur, natürlich sind sie bewusst gewollt, aber eben auch verschiedene Lichteinfallssituationen wohl darstellen sollen. Man hätte wohl gerne noch mehr Nuancen drin gehabt, aber das gaben wohl die Steine nicht her. Und die Feuerstelle, die ist natürlich auch eine Wucht und schön, dass wir hier keine Aufkleber haben. Und ja, gut, die Ziegen, das ist eher so ein Gag. Ich habe sie jetzt gar nicht so vermisst. Dafür hätte ich den Apfelbaum nicht. Doch, doch, er sieht schon gut aus, aber ich hätte ihn nicht unbedingt bauen wollen. Aber das ist Leiden auf extrem hohem Niveau. Hoffen wir mal, dass das der Beginn einer wunderschönen Reise in neue Kasselwelten ist. Und tschüss. không ? Ja. Bis zum nächsten Mal. unwilling者 handselwer. So ist reinzuhären. Tschüss. 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 Vielen Dank.